That's how long I've been over 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 Yeah, moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part SMP mit Heiko Moin moin Leute Ja, bei mir auch zu sehen Marcel ist gegenüber von mir Also, da sieht man ihn so leider Und ja, der Marcel ist halt auch mit dabei Wir haben jetzt zwar noch ein Gast mit dabei Aber der ist ge-muted Weil er zu... weil er Angst hat Ja, das auch und weil er Schiss hat mit uns zu labern Ja, äh so, wie höre ich jetzt mit dem Scheiß noch hier? Slash P wie sonst Achja So, Slash Hier also der Noob Spawn Wollte ich gerade sagen, also hier sehen wir gerade den Noob Spawn eigentlich sehr billig Ja, billig und äh Gönnen den Server mal was, der ist neu Ja Hier, Fahrräder oder Roller? Nee, Roller... hallo? Oder 50 km Ich weiß Dann nehme ich mir lieber hier so ein Fahrrad Ich bin nix Schade, ein Fahrrad hat kein Radio Ja, don't care Heiko will ich mal wieder im Wettren machen, ne? Ich und wir drin Nein, ich komme gar nicht gerade nicht von der Arbeit Nein Warum auch arbeitens... ... nicht überbewertet Ja ja, kann man sagen Let's player... ...dürfen wir Let's player in... ... be der Arbeit Okay ja da habt ihr gerade baustelle gesehen baustelle doch baustelle das sollte eine baustelle sein wo du gerade gesticke lieben bist hier ist ja frage ich was hier hinten ist das glaube ich auch genau geiles timing ja typisch elegies style hier und dafür spaß bei der fahrprüfung so hast du schon ja ich hab schon fertig ach ja ja so personalausweis beantragen erst mal so scheine autoschein ja jetzt lass mich raten es gibt theorie und praxis so da mach ich mal für die zuschauer einen kleinen rundflug ja kannst du ja denken ja was stand links vor der stadthalle oder im hof die stunde interessiert mich nicht ein ballon ach, elegy ja so, man sollte hier auf dem server nicht zu schnell und nicht zu langsam fahren auch wichtig, dass du beim fahren nicht telefonierst oder tics nachricht beschreibst und mein pc schmeißt mich gerade irgendwie auf den desktop hoffentlich ist dann auch wenn man nicht abgeschissen aber sowas von, weil ich gerade nix mehr sehen kann, ha dann mach dein bierenprogramm aus oder was da auch immer auf dich n dings haut nein, das ist diesmal nicht mein bierenprogramm und zwar? das ist auch nicht so, taskmanager ich hab gedacht, das ding fliegt über ganz ls, aber nein oh, da bin ich wieder wb wie lange hast du mir gedacht aufzunehmen? also ich würd mal sagen, wie lange es mir langweilig wird ne, äh, also, keine ahnung sieben folgen erst mal ok ja, ich muss halt gucken wie mein sprecher ist, deswegen also meiner ist ganz in Ordnung nur zehn vor, sieben folgen und? weil ich lange weile heute morgen hatte ja merkt man gar nicht so, dann connecten wir mal wieder ja, wenn man krank zuhause rumliegt eigentlich so, armes Tuffel ja, und du musst arbeiten so, und? weißt du, ey, auch bescheuert, ne? hab morgen einen Termin beim Arbeitsamt, ne? schon wieder ja, so'n, 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 keine Ahnung Psychotest machen, oder so, ne? ja, keine Ahnung, keine Ahnung, was die da von mir wollten und, ähm, ja also, eher gesagt, was die da von mir wollen ist so'n, 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 Berufsfindungstest what the fuck ja, das dachte ich mir auch so, ne? ja, dann dachte ich mir so, okay nimmst du dir für morgen frei ja, scheiße, was sagt meine Chefin? nächster ja, nächster, du musst arbeiten, du mein nächstes scheiße, danke sowas gerufen ja, äh, ich denke mal, Slash Oh, ne? pfff, frag mich probier's mal äh, Slack, Slash, Text ne? what the fuck was denn? egal ach so, du musst deine id und dann den text äh, doch nicht egal hm, egal hm, egal hm, hm, hm so, dann fangen wir noch mal an hm, ich hab kein telefonbuch, verdammt so, willkommen bei mir in meiner Aufnahme zurück und, ja, wir machen halt wieder weiter bei der Fahrschule naaa warum, schon wieder da schon wieder abgeschissen, oder? und wieder, immer noch what the fuck euer Ernst? ach, Gott was denn? ne, ich will grad zum Auto ausgraben oh nein, oh nein, die haben alles zugebaut dann machen wir es halt so das heißt, du kommst erst gar nicht zum Autohaus hin? doch, wenn man weiß wie ja, fliegen nö, du weißt ja nicht mal, wo der Autohaus ist eben äh, gute Frage unter dieser eine Kanalbrücke äh, die Kanalbrücke äh, wie hieß das? Autohausbrücke Mann, so ach so, da ja hm, hm what the fuck auf diesen Server herrscht rechts ach, ne wer das nicht weiß wenn du auf der linken Seite fährst verstehst du gegen die SD oh und wenn du erwischt wirst hier, äh, gibt es eine Geldstrafe also wenn es nur eine Geldstrafe gibt dann ist es nicht so schlimm so, das ist dann der Ende, blablabla ich hoffe, dass ihr alles gründlich durchgelesen nö ich hab mir jeweils die Nummern wenn zwei Antworten richtig sind, wähle beide aus zum Beispiel eins schreckt ei aha what the fuck das risikofreies Autofahren ist das nochmal what the fuck eins weißt du wie teuer der Sultan ist? hm 65.000 weh nicht ich weiß so, deine Geschwindigkeit ist wichtig, weil... hehehe die Antwort ist cool jetzt nochmal die Frage deine Geschwindigkeit ist wichtig, weil... eins die Geschwindigkeit ist nicht wichtig deine Geschwindigkeit kann Unfälle vermeiden es ist mir egal, ob jemand verletzt wird Mülles Fahren ist cool und macht Spaß was sind das für Fragen? ich weiß und Antworten so, dann sag mal, was kommt denn bei der zweiten Frage? ja, Frage deine Geschwindigkeit ist wichtig, weil... antworten die Geschwindigkeit ist nicht wichtig, deine Geschwindigkeit kann Unfälle vermeiden es ist mir egal, ob jemand verletzt wird schnelles Fahren ist cool und macht Spaß 2 gut ja, richtig wo steht mein Auto? wieso ist Telefonieren beim Fahren gefährlich? beim Telefonieren kann man besser fahren was bedeutet eine weiße Linie am Fahrwand in Hand? äh... absolutes Halteverbot ja und... und... also... 2-3 nur im Notfallparken so, dann nehme ich mir eben nochmal kurz einen... äh... oder... lecker lecker gerade eben aus dem Krankenhaus ja, ne, also... wollte ich eigentlich da schon mal so, ne, mitmachen und so und... rückwunsch, du hast die theoretische Fahrzeugung bestandene Esfeld, nun die... belive... tschüss viel Spass.. die geht nämlich ewig ja , schreib in ein... in das Fahrzeug und trage es in dem... also sie dauert lange, so meine ich's rühre nicht die weiße Linie r писat so... erstmal eine Radio ausmachen zückt nur Sleep so Motor Head to reached Es greift seine Sicherheit durch und schmeckt sich an. Ersten Test erfolgreich bestanden. Nein. So. Ne, das war nicht echt. Achte auf deine Geschwindigkeit. Maximal 80 kmh. Nein, nur 80. WTF? Ach kacke, ich hab nen Time-Bug. Das tut mir jetzt aber herzlich ein wenig leid. Auch das Kennzeichen ist schön hier, ne? Hier ist ja in Rot drauf. Fahrschule. So, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das eine Fahrschule ist, ne? Oder ein Fahrschulauto. Äh, warum auch? Äh, jetzt ja. Geht auch. So, dann da halt. Kann das sein, dass die Uhrzeit falsch geht? Warum? Weil bei Auf My Handy 56 ist und bei dir. Also in game... 52 Also, geht's doch falsch 3 Oh, deine Handy-UZ hat die falsch Nee, die haben das Kloster eingestellt Ja, mir egal So, wie viele Checkpoints gibt's denn hier eigentlich? Gott, no hook What? I don't care Ja, genug, I don't care What? Ah, jetzt Nein, später Oh 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 Kann das sein, das ist... Sparkt der Server gerade auch bei dir rum? Ja Weil irgendwie bei mir ist er gerade abgeschissen So, er ist den Restorent... Restarting Ja, und bei mir will er das... Wenn er den Tick heute nicht annehmen und... Ich mach mal kurz einen Cut, bis gleich Und mit der Tick Und mit der Tick Ja, ich mach gar nicht connaître Bei mir ist der Tick vors